morgen sehen bei wunderbaren sonnenschein wollen wir mal wieder ein bisschen weitermachen und zwar ja wir hatten ja da drüben angefangen wenn du so guckst ganz schön in wirklichkeit ganz schön weit weg da die dinge zu bauen und wir brauchen brauchen wir noch ein paar zäune holz agipus holz ne seine waren auch eigentlich fertig machen wir uns mal ein bisschen holz so ein bisschen und ja zäune waren durfte eigentlich alles gewesen seine kombi haben wir das haben wir das haben wir haben alles gute quatsch nicht länger weiter wenn wir gleich machen und gucken vorsichtig vorsichtig so ja dann wäre unser zweiter turm fertig dann können wir uns ja mal überlegen was wir noch machen können ich habe jetzt keinen bock jetzt hier nur dieses hier zu basteln weil ihr das wert verdammt verdammt langweilig es war doch keine verdammte axt ja axt naja was soll es wird es halt ein bisschen anders ist ja raus damit wird nicht lange gefackelt hier weg jetzt hier raus weg ganz schnell weg ok ok weg 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 so fertig und fertig gut das können wir erstmal einsammeln wer weiß wofür wir brauchen werden der bleibt so super das geht doch schon mal ich will zwar jetzt nicht mehr wie man die treppe da ich hatte ja letztens geguckt wie ich die gebaut hatte das ist aber nun schon wohnen ganzen will jetzt gar nicht ganzen tag zwei tage keine ahnung jeweils sind schon her vor dem lang her verdammt da wollen wir die hier ein bisschen stabiler hatte ich drüben glaube ich auch so gemacht es sieht einfach besser aus so jetzt haben wir das schon mal fertig denn war das ja so dass wir das hier weghauen müssen da ein koppel hin und hier dann so genau so war das so vor das fenster einfach so und denn so genau hat er sagt klub merken okay okay so 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 könnt ihr glaube ich zu dazu hier auch noch zu schön 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 ist das geht ja ratzfatz sind wir ja gleich durch ja ja genau genau das habe ich vorher abgezählt wisse hallo wo ist denn mein und so wie ich denn das gemacht ich habe immer so da ein 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 und natürlich da ein und da ein müsst du gleich sein da guck mal schön gucken und das müsste doch kommt hin aber da habe ich ein zwei ach so der der ist ja sowieso anders als der gut have more this und denn war ja auch noch von außen gut passt doch nicht schade von außen war ja noch so der teppich ist auch alles fertig wunderbar dass wir da das falsch gebaut haben warum sagt mir keiner was leute mensch ihr müsst doch mit mir reden finde ich jetzt überhaupt nicht das ist jetzt überhaupt nicht kollegial oder so finde ich voll blöd hier ist doch ein rand mann weißt du das nicht na wunderbar ach man jetzt läuft vielleicht auch nicht das ist doch schon zum erblichen da bleibt mir doch glatt die stimme weggehe man mann eh mann eh mann eh mann eh mann eh zu 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 und einmal rum dann kommt da noch ich könnte ja gleich nö finde ich jetzt aber nicht nö mach ich dann beim zweiten durchgang ich mache jetzt hier erstmal das ding fertig muss ich ja oben nochmal alles abruppen aber was soll es ne ich mache ja gerne alles doppelt und dreifach das interessiert ja keinen mich stört es jetzt nicht und dich natürlich auch nicht so so das geht doch schon mal da 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 ich hätte gerne da eine seite danke so bleibt das jetzt erst seit es sei anders So, und dann waren ja die dran, ne? Ähm... 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 Moosement. Ähm, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ja, so, ne? Genau. Okay... Genau so. Und nichts anderes. Mensch! Jetzt kotzt es mich auch an. Muss man mal laut werden hier. Wo war denn jetzt mein Aufgang? Mein Aufstieg hier. So. Ich hab jetzt keinen Bock hier an jeder Ecke so ein Dingchen zu pflastern. Okay, wo haben wir sie? Da sind sie. Da sind sie. Die kleinen Schweine. So. Und es wird ein Dach. Aber wir sind ja im Bau-Modus. Da brauchen wir keine Angst haben, dass hier irgendwelche Features kommen. Zack. Hier können wir ja... Hier haben wir ja unsere Erde noch, unser Gerüst. Wie fähr ich denn noch? 17. Oh ja, recht. Das kommt voll dufte, du. Super. Fertig. Yippiegei. Schweinebacke. Gut. Dann haben wir es noch fertig. Ein bisschen größer als sonst, aber wo war jetzt meine Tür? Jetzt renne ich ja immer im Kreis. Hallo Tür. War ich doch schon richtig? Ja, ich weiß. Du weißt das. Du wusstest das natürlich. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, als dass du das wüsstest. Du wusstest. Weißt. Aber ich nicht. Na. Ist ja nun mal so. Auch hier können wir gleich noch ein Dings runter setzen. Wir haben ja noch hier noch. Und hier auch noch. Und da noch. Genau. Dann ist das alles schon ein bisschen stabiler. Und bricht nicht gleich zusammen bei meiner Masse hier. Gut. Dann kloppt man die ganzen Scheiße wohl weg. Weil es ja sonst Spaß macht. Okay. Dann hätten wir das doch fertig. Ging nochmal ratzefatz ohne. Ohne Probleme. Ohne extra Einladungen. Und sonst was hier. Gut. Dann kommt der hier wieder. Und. Machen wir diesmal wieder ein bisschen anders. Jedes Ding ist individuell. Alles auf seine Art ein Undikat. Ne. Unbezahlbar. Kann doch nicht jeder bauen. Jedenfalls auf so eine Art und Weise wie ich das mache. Jut. Ist er fertig. Ist ein bisschen gut. Die Aussichtsplattform ist ein bisschen größer. Schön. Moment. Aber man könnte ja. Ja. Damit das ganze noch ein bisschen voluminöser aussieht. Mal ein paar Fackeln aufsetzen. Dann sieht man die Schoffer weiten. Und weiß wo es nach Hause geht. Haha. Das habe ich natürlich nicht für mich gemacht. Das habe ich für die Gegner die irgendwann kommen gemacht. Ist jetzt nicht so dass ich weiß wo es nach Hause geht. Ich weiß das natürlich. Orientierungssinn bien stein. Au. Aber das erzählbar keine. Ne. Ne, das bleibt unsere Geheimnis. Nur deins und meins. Guckt er sonst genau zu ja. Also brauchen wir da keine Angst haben. Putain! Ich hab irgendwie voll Bammed zusammen! Scheiß Höhenangst! So. Die machen wir hierhin. ja hätte ich eigentlich bloß hier noch dann wäre das genauso wie da drüben aber nein machen wir nicht kann man hier einer bitte den teppich sauber machen ist ja schlimm mit dem schnee hier ist auch irgendwie kleiner drüben das ist größer halt dann können wir aber hier auch gleich doch die treppe verstärken wo ich schon mal da bin so schön so ist das schön so muss das sein so sieht das gut aus und ich gehe erst mal schlafen da müssen wir noch ein bisschen heller draußen wird weil so im dunkeln ist es ist nicht schön habe ich eigentlich noch ich bräuchte für da drüben noch ein bett würde ich mal sagen eine kiste und auch einen ofen spendieren könnte meinen ofen spendieren oder dann mache ich das überall das gleiche weil ich das kann nee weil damals war das ja so wenn er besitzt worden mussten die ja da auch essen und so ne also mensch also was würde jetzt sagen was würde jetzt sagen war war so ja facebook mensch hätte ich mal vorher ausmachen sehen wollen wir hier raus ach so ja ich muss ja raus weil ich brauche ja noch was und zwar voli schafe waren ja da hinten ne hier hinten um der ecke